Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video über euren GIF Games. Ja, bevor ihr weiterhin Unluzis Kram von mir hört, guckt ein paar Seiten drauf, bis gleich. Hallo Leute, da sind wir wieder nach dem Intro. Wir sind hier auf den Guifa Games. Auf den besten Server meiner Meinung nach, also zweitbester. Mein eigener Server geht vor. Mein eigener Server ist wie gesagt immer noch in der... Ne, ich hab davon noch kein Video gemacht. Ist denn so, so noch in der... Ja, moin. Ist denn so, so noch in der Beta und so weiter. Muss ja dann noch heute oder so noch ein paar Bugs fixen. Ja, ich wollte euch schon mal einen guten Rutsch ins neues Jahr wünschen und so weiter. Ihr hört dann, wenn auch morgen von mir noch etwas sind. Ich denke mal, wir zocken noch ein wenig nachher auf Guifa Games. Bevor das Jahr zu Ende ist. Eigentlich wollte ich ja eigentlich noch ein paar Videos noch bringen, aber na gut. Wir können ja mal noch ein wenig hier bauen. Was noch wegen meinem Minecraft-Skin angeht. Ich muss jetzt mal die Tage mal nachschauen, dass ich mit einem neuen Skin mache. Das ist ja auch ein wenig anders aussieht. Nicht so wie Google Skin, weil... Den hab ich mir damals geholt, weil... Ja, keine Ahnung warum. Ja. So, ist noch einmal aktiv. Geil. Ist auch die ganze Zeit irgendwie aktiv, oder? Aber jedenfalls immer wenn ich online bin. So. Wir können ja hier mal ein paar Rohstoffarbeitern suchen. Ähm. Gut. Das haben wir. Ähm. Jetzt können wir behalten. Ähm. Das hier brauchen wir nicht. Ja, meine haben wir jetzt das hier doppelt. Packen wir das hier hier mit hin. Dann das da da hin. Das da dort hin. Ja. Ach. Das andere können wir halt nachhören. So. Ich werde jetzt nur noch die Tage nochmal nachschauen. Also ich werde jetzt die Tage noch einen... Flug-Simulator noch installieren. Habe ich mir letztens erkannt hat irgendwo. Hehehe. Also kurz nachher frage ob ich das haben darf. Ja, das werde ich dann mal ausprobieren. Die gewisse Person meinte zu mir, das wäre auch wieder mal nicht so gut das Flug-Simulator. Aber kann man mal nachschauen, wie das aussieht. Oh je, das geht schon halt. Verlägt ein wenig. So. Oh je. Ich werde hoffen, dass die Farbenwelt noch die gleiche ist wie damals. Also die gleiche wie vor ein... ein, zwei Wochen. Weil... Das wäre echt mies wenn die Farmswelt nicht mehr da ist, die ich brauche. Weil ich brauche ein wenig mehr von diesen Sachen dort. Weil ich baue jetzt hier so ein großes Lager hin. Ich hoffe jedenfalls, dass ich das hier mal irgendwie gemerged bekomme. Weil genau hier hinter ist dann der andere Durchgang von meinem Plot. Und dann wird das ja dann zum Lager. Weil ich öffne erst dann meinen Shop, wenn ich mein Lager fertig habe. Keine Ahnung, aber muss sein. Muss eben sein. Und was habt ihr euch so vorgenommen fürs neue Jahr? Könnt ihr auch in die Überschreibung noch reinschreiben. So ein bisschen mit derico? Und wie ist es so schon daran geholfen? Ich schweb nicht mehr als Leby ins Meer? Wenn die Tür rüber rein geht, dann noch ein bisschen mehr. Ich schweb nicht mehr. Ich schweb nicht mehr. Ich schweb nicht. Und wenn ich nicht mehr so einfach. Ich spezial, dann viel Anbetter. Ich schweb nicht mehr. ich werde jetzt noch meine beschreibung noch aktualisieren meine beschreibung von videos und zwar dass dann jetzt noch darin steht was für sachen ich habe zum aufnehmen und so weiter hauptsächlich meine pc einzerteilen und so weiter das ist auch ein überblick gehabt was ich hier habe so Gut, dass noch Fly aktiviert ist, okay, hier muss ich noch rein tun, ja eine grobe Erde habe ich eigentlich genügend zu, so jetzt können wir hier mal ganz schnell nachschauen, home, home, abgegeiert hatte ich, alles klar, so, slash p time, ja, oi, hier wurde schon die letzten Tage so wird das Schieße rausgenommen hmmm, was brauchen wir denn, Geld brauchen wir eigentlich nicht mehr so richtig oh, wir können ja immer kurz hier unten nehmen so, ich werde dann auch gleich noch eine Runde GTA noch zocken, nachdem ich das Video hier geschnitten habe ja, ich könnte ja nur mal erzählen, was ihr so macht, um euch die Zeiten noch zu vertreiben, wenn das Video rauskommt ich könnte ja auch einfach nachher noch ein Live Stream machen oh Oh Ich ne die Performance da sind Oh Da wurde jemand gestartet Oh Na und dann die Wimperette gerade Das wird sie Das wird sie Oh man. Manchmal packt er sie auch, aber die werden uns zeigen. Ok, ich glaube wir können gehen, oder? Ja. Kurve aufs Plot. So. Schluss. Schlesch p h. Ja moin, hab ich mir hier schon noch viel. Die Diamanten gehen im Alter jetzt, ja. Ja. Ich denke mal Leute, das war's mit dem Video, mit meinen letzten Worten für 2018. Was ich jetzt zu sagen habe und so weiter. Ich wünsche euch noch wunderschöne, sagen wir mal, wie das Video hochgeladen ist. Noch eine wunderschöne 2 Stunden in 2018. Und gute Rutsch ins neues Jahr. Buren Gift Games. Ciao.